Hallo, ich bin Jaston und ich leb in meiner eigenen Welt und kippe bis die Welt so ist, wie sie mir gefällt. Im Turnier verdiene ich reichlich Klunker und Batzen, wie es gibt kein Pressgeld, auch egal. Einfach noch ne Tüte puffen, ich hab Bock auf irgendwelche möchtigen Rapper. So kleine Kinder, die meinen, sie könnten es besser. Ich erklär euch gerade mal diese seltsame Leid und zwar bin ich bei den Katholiken gesigned. Digga, meine Mischel ist noch dünner als mein Kontostand. Durch meinen krassen Geat-Konsum bin ich ständig blank, doch ich hab da so nen richtig abgefahrenen Trick erkannt. Mit so 20 Joints klingt jetzt meine Mischel ziemlich krank. Für meine Texte brauch ich Stunden, nicht nur 4 Minuten, hab ich mal kein Geat. Lass ich meine Arme bluten und wär ich nicht. 24-7 zugekifft, wüsste ich vielleicht noch, wer zum Fick mein Gegner ist. Digga, scheiß doch mal auf ne richtige Hook. Meine Bong da vorne reicht ja wohl auch. Und für nen guten Flow fehlt mir die Luft und ziehe an den Plan für den magischen Rauch. Digga, scheiß doch mal auf ne richtige Hook. Meine Bong da vorne reicht ja wohl auch. Und für nen guten Flow fehlt mir die Luft und ziehe an den Plan für den magischen Rauch.